Rote Rosen, ARD, Spoiler-Alarm! Darstellerin mit Babybauch gesichtet. Spoiler-Alarm! Diese Schauspielerin könnte in der nächsten Staffel schwanger sein. Rote Rose-Zuschauer sollten jetzt aufpassen. Die Roten Rosen sind in der Sommerpause und die ARD sendet nur Sportsendungen statt Kultele-Novelas. Fans können es kaum erwarten, dass die neue Staffel endlich beginnt und einige bekannte Gesichter wieder auf der Leinwand zu sehen ist. Von Zeit zu Zeit werden neue Informationen zur ARD-Serie Rote Rosen veröffentlicht, die jedoch besonders brisant sind. Rote Rosen, ARD, Das Chaos von Lüneburg-Michael Johanna Reuter, die die Rolle der Valerie verkörpert, sorgte in mehreren Episoden des TV-Romans Rote Rosen für frischen Wind und wird voraussichtlich in der nächsten Staffel zu sehen sein. Diesmal wurde sie bei einem Outdoor-Fotoshooting auf dem Lüneburger Marktplatz von Fans belächelt. Er hielt das, was er sah, direkt mit der Kamera fest. Weil ich es nicht glauben konnte. Denn die Schauspielerin stand mit einem Babybauch vor der Kamera. Trotz des leichten Regens wurden Szenen mit Jan Sterpelfeld, Julius und Hakeem Michael Meziani, Ben, gedreht. Die Sichtung hat bei Enthusiasten im Facebook-Gruppen viele Fragen aufgeworfen. Plus Rote Rosen, ARD, Kommt sie zurück? Diese Zeichen sind. Sie werden es nicht glauben. Plus Rote Rosen, ARD, Spekulationen um Babybauch-Defense sind in Aufruhr. Sie wollen wirklich wissen, wer der Vater von Valeries Baby ist, und nicht nur fragen, ob sie das Kind behalten wird. Die Frage ist, ist ein Babybauch echt? Ist Michael Johanna Reuter tatsächlich schwanger oder trägt sie für die Rolle einen Schnuller? Ist Valerie schwanger? Wow! Sie erraten, wer der Vater ist, kommentierte einer von ihnen. Für das Publikum liegt die Wahl eindeutig bei Simon oder Klaas. So viele Fragen, bisher keine Antworten. Die Zuschauer müssen geduldig bleiben, um das Geheimnis von Valeries Schwangerschaft zu lüften. Es wird erwartet, dass die Mitarbeiter von Retrosis das Rätsel im Herbst lösen, aber bis dahin brauchen sie Geduld.